So, ja, jetzt kann es losgehen. 2 Meter und 7 Zentimeter. Das reicht aus für eine Sendung über Corona. Bravo, Dr. No. Sie denken aber auch an alles. I know. So, und jetzt mal den gewohnten Spaß dieser Sendung beiseite. Wenn ich die Gefahr reduzieren will, dass ich mir dieses Coronavirus einfange, dann muss ich einfach Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und das bedeutet auch, dass ich den Leuten nicht zu nahe komme, ihnen nicht die Hand gebe und möglichst zu Hause bleibe. Wir leben nun mal in schwierigen Zeiten. Da gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Oberstes Gebot unseres Handelns muss es sein, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausdehnung des Virus zu verlangsamen. Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht überfordern, sondern müssen ihm die nötige Zeit geben, erkrankte Menschen zu versorgen und zu heilen. Nach allem, was wir momentan wissen, verbreitet sich das Coronavirus über die Tröpfchen, möglicherweise auch durch eine Schmiereninfektion und über die Bindehaut. Bei Raumtemperatur hält sich das Virus bis zu neun Tage lang auf Oberflächen und bleibt in dieser Zeit infektiös. Im Schnitt überlebt es zwischen vier und fünf Tagen. Darauf sollte unsere Hygiene abgestellt sein. Waschen Sie sich die Hände, wenn Sie eine Türklinke angefasst oder auf eine Klingel gedrückt haben. Und dabei wird bitte schön nicht gehudelt. Auch die Daumen, die Fingerkuppen und die Zwischenräume zwischen den Fingern. 20 bis 30 Sekunden lang. Doch, doch, das schaffen Sie. Benutzen Sie hautschonende Seife. Ein hautreizendes Desinfektionsmittel brauchen Sie nicht. Das ist in Kliniken und Arztpraxen besser aufgehoben. Diesen und husten Sie in die Elbenbeuge. Wenn Sie sich die Nase geputzt haben, dann entsorgen Sie Ihr Taschentuch sofort. Am besten in einem Mülleimer mit Deckel. Und waschen Sie sich hinterher die Hände. Fummeln Sie sich nicht dauernd im Gesicht herum. Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln, damit Sie für den Fall einer Infektion keine anderen Menschen anstecken. Das eine ist also eine hygienische Maßnahme für außen, das andere für innen. Setzen Sie sich nach Möglichkeit keinen Umweltschadstoffen wie Feinstaub aus. Und klar, aufs Rauchen sollten Sie selbstverständlich ebenfalls verzichten. Was ich Ihnen allerdings schon vor Corona dringend ans Herz gelegt hätte. Sollten Sie trotz allem bei sich selbst Symptome eine Infektion feststellen, am häufigsten treten Fieber und trockener Husten auf, bleiben Sie ruhig. Treffen Sie dem Hausarzt Ihres Vertrauens nicht gleich die Tür seiner Praxis ein, sondern rufen Sie ihn zunächst einmal an. Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der Nummer 116, 117 und auch das Gesundheitsamt Ihres Wohnortes kann Ihnen sicher weiterhelfen. Dr. No? Ja, meine Allerwerteste? Kontaktvermeidung hin oder her. Aber sollten wir nicht mal die Zuschauer begrüßen? Oh! Bis zum nächsten Mal.